Fluffy zum Beispiel. Schläft sofort ein, wenn man ihm ein wenig Musik vorspielt. Das hätte ich euch nicht sagen sollen. Snape war schon hier. Er hat die Harfe verhext. Kommt es euch nicht verdächtig ruhig vor? Die Harfe. Sie spielt nicht mehr. Öh. Springt! Ein Glück, dass dieses Pflanzenzeug hier wächst. Das ist Teufelsschlinge. Ihr müsst ganz locker bleiben, sonst tötet ihr euch nur noch schneller. Lumos Solem. Zum Glück sind wir ganz locker geblieben. Da fliegen tausende von Schlüsseln herum. Wir suchen einen großen altmodischen. Vermutlich rostig wie der Griff. Da, ich sehe ihn. Der mit dem gebrochenen Flügel. Fangt den Schlüssel. Ihr meint aber nicht, dass das wie echtes Zauberschach ist, oder? D5 Ich glaube, das wird ganz genauso wie Zauberschach. Springe nach H3. Wenn ich meinen Zug gemacht habe, schlägt mich die Dame. Dann kannst du den König Max setzen. Ron, nein! Schachmatt! Du schaffst das, Happy. Du bist ein großartiger Zauberer. Nicht so gut wie du. Du bist ein großartiger Zauberer. Ich, Bücher und Schleue. Es gibt Wichtigeres. Freundschaft und Mut. Und Harry, sei vorsichtig. Smiths täuscht Superstorms.